Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen zur ersten von sieben Sendungen über den Propheten Jeremia. 52 Kapitel hat dieses große Prophetenbuch aus dem Alten Testament und wir wollen in sieben Sendungen uns diesen Propheten und seiner Botschaft etwas annähern. Mehr können diese sieben Sendungen nicht leisten, aber wir werden doch tief einsteigen in die Botschaft dieses Propheten, um ihn und seine Zeit und die Situation in Israel damals besser zu verstehen. Wer war nun eigentlich dieser Prophet Jeremia? Ich lese aus dem ersten Kapitel des Prophetenbuches den ersten Vers. Dies sind die Worte Jeremias des Sohnes Hilkias aus dem Priestergeschlecht zu Anatot im Lande Benjamin. Wir erfahren, dass Jeremia aus einer Priesterfamilie stammt. Er gehörte also zur religiösen Oberschicht, Führungsschicht in Israel. Das waren die Nachkommen des Stammvaters Levi und innerhalb dieses Stammes die Nachfahren von Aaron, dem ersten hohen Priester. Er stammte also aus einer solchen aronitischen Priesterfamilie. Damit gehörte er zu einer privilegierten Schicht. Er konnte natürlich lesen und schreiben und er ist aufgewachsen in einem sehr religiösen Umfeld. Er stammte aus einer der 48 sogenannten Priesterstädte, der Levitenstädte. Jeder Stamm in Israel hatte ja sein eigenes Gebiet. Bei den Leviten war das anders. Sie hatten Städte, die im ganzen Land Israel verteilt waren. Sogenannte Priesterstädte. Eine dieser Priesterstädte im Lande Benjamin war die kleine Stadt Anatot. Sie lag nur fünf Kilometer nordöstlich von Jerusalem, lag also ganz in der Nähe des Tempels. Und so können wir uns ein Bild machen von dem Umfeld, in dem Jeremia aufgewachsen ist. Der Tempel spielte natürlich eine riesige Rolle. Jerusalem war ganz dicht, fast in Sichtweite. Und die jährlichen Feste und die täglichen Opferdienste, all das hat er immer wieder miterlebt. Seine ganze Familie, seine Eltern, seine Onkels und Tanten, alle waren irgendwie mit dem israelischen Kultus im Tempel, mit dem Wort Gottes, mit der Tora verbunden. Das war sein Umfeld. Das war sein Leben. Darin war er groß geworden. Aber schauen wir uns noch etwas genauer an, in welcher Zeit wirkte er denn nun wirklich in der Geschichte Israels. Wir lesen das hier im nächsten Vers. Zu ihm geschah das Wort des Herrn zur Zeit Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Judah, im 13. Jahr seiner Herrschaft. Aha, jetzt können wir das also eingrenzen, wann geschah das Wort des Herrn zu ihm. Das heißt, wann offenbarte sich Gottes das erste Mal dem Jeremia. Josia, der König, herrschte von 640 bis 609 vor Christus. Und hier im 13. Jahr seiner Herrschaft, das ist das Jahr 627 vor Christus, wurde Jeremia in den Dienst für Gott am Volk Israel als Prophet berufen. Und dann in den folgenden Jahrzehnten diente er zur Zeit der Könige Josia, den haben wir schon genannt, Joahas, dann Jojakim, dann kam Jojakim und dann der letzte König in den letzten elf Jahren der Geschichte des Südreiches der König Zedekiah. Unter all diesen Königen musste Jeremia seinen Dienst tun am Volk Israel als Prophet. Wichtige Ereignisse in dieser Zeit war das Jahr 605 vor Christus. Da fand die Schlacht von Karkemisch statt, da besiegten die Babylonier die Ägypter. Und seither bauten die Babylonier immer mehr ihre Weltherrschaft aus. Dann das Jahr 597 vor Christus. Das war zur Zeit König Jojakins. Hier kam es zur ersten Wegführung der Juden nach Babylon. Und dann vor allem das Jahr 586 vor Christus. Dieses Jahr, das sich tief eingemeißelt hat in die Geschichte des jüdischen Volkes. Denn hier wurde der Tempel zerstört durch die Babylonier, durch Nebukadnezar, Jerusalem und der Tempel völlig zerstört. Wegführung in die Gefangenschaft, ins Exil nach Babylon. Und das ist die Epoche, in der Jeremia seinen Dienst tut. Über 40 Jahre lang verkündigte er dem Volk Israel das Wort Gottes, kehrt um zu dem lebendigen Gott. Dann will ich euch erretten und ihr werdet Frieden haben. Kommen wir nun zu der Berufungssituation des Propheten. Hier heißt es ja, wir haben es eben gelesen und das Herrnwort geschah zu Jeremia. Jeremia hörte also Gottes Stimme direkt und unmittelbar und er sollte das Gehörte weitersagen und er sollte es schriftlich dokumentieren. Deswegen haben wir dieses Propheten Buch in der Bibel. Das Wort Gottes kommt zu Jeremia. Er soll es verkündigen und aufschreiben. Wir haben das Vorrecht, dass wir das heute nachlesen können. 2600 Jahre später. Ist das nicht faszinierend? Das Wort des Herrn geschah zu mir, sagt Jeremia. Das heißt, wir haben einen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der der Gott Israels ist, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dieser Gott schweigt nicht. Er redet. Er offenbart sich. Das ist das Wunderbare, was wir hier lesen. Das Wort des Herrn geschieht zu Jeremia. Der Himmel ist nicht leer. Gott schweigt nicht. Er hat sich nicht zurückgezogen und lässt sich nicht mehr blicken, sondern er redet in diese Welt hinein. Das hat Jeremia erlebt. Das hat er ganz persönlich erlebt. Das Wort des Herrn geschah zu mir. Und da steckt auch schon eine Botschaft drin. Gott begegnet dem Menschen ganz persönlich. Und das ist eine Botschaft des Propheten. Wer diesen Gott sucht, der wird ihn finden. Und da möchte ich Ihnen wirklich Mut machen dazu. Das, was Jeremia erlebt hat. Das können wir auch erleben, wenn wir uns Jesus Christus zuwenden. Denn er ist heute derjenige, durch den Gott in unser Leben hinein sprechen will. Jeremia wurde berufen auf ganz wunderbare Art und Weise. Direkt und unmittelbar. Gott sagt in Vers 5, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Eine ganz wunderbare Tatsache, die hier zum Vorschein kommt. Jeremia ist nicht das Produkt eines Zufalls. Er ist nicht einfach auch nur durch seine Eltern gezeugt worden, sondern Gott hatte von Anfang an seine Hände im Spiel. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Gott macht den Menschen, auch in seiner Mutter, auch wenn er menschlich gezeugt wurde, ist Gott doch der Handelnde. Und so dürfen wir sagen, ich danke dir, Herr, dass ich wunderbar gemacht bin. Du hast mich doch wunderbar gemacht. Danke dafür. Und Gott sagt hier auch, ich habe dich berufen zum Propheten, zum Propheten an Israel und zu Propheten an den Völkern. Und damit sagt Gott, ich habe einen Plan für dein Leben. Ich habe dich ausgesondert, ich habe ein Ziel, einen Plan mit dir. Und du sollst diesen Plan entdecken, wenn du mir folgst, wenn du auf meine Stimme hörst, dann wirst du entdecken, wie sich dieser Plan in deinem Leben entfaltet. Was für ein wunderbarer Gott, der ein Ziel hat mit uns, der uns von Anfang an kennt. Noch vor der Zeugung sieht er uns und hat einen Plan und ein Ziel für unser Leben und er will, dass wir dieses Ziel entdecken und dass wir am Ende bei ihm ankommen. Jeremia wehrt ab. Oh nein, Herr, ich bin doch viel zu jung. Wir finden das in Vers 6. Ach, Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Vielleicht ist Jeremia Anfang 20 gewesen. Er fühlt sich völlig unfähig, diesen Auftrag zu erledigen, den Gott dafür ihn vorgesehen hat. Aber Gott sagt doch, es kommt nicht auf dein Alter an, es kommt auch nicht auf dein Aussehen an, es kommt auf keine äußerlichen Umstände an, es kommt nur darauf an, dass du mein Wort hörst und tust. Gott möchte gehorsam. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Jeremia soll einfach nur das tun, was Gott ihm sagt. Dann wird es ihm gelingen. Auch ein gutes Rezept für unser eigenes Leben. Was genau sollte denn Jeremia nun dem Volk Israel sagen? Was war sein Auftrag? Siehe, steht in Vers 10, siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Wir finden vier Aussagen zum Gericht und zwei Aussagen zum Heil. Ausreißen und verderben auf der einen Seite, bauen und pflanzen auf der anderen Seite. Und so hatte Jeremia den Auftrag, zum Volk Israel zu gehen und auch eine Botschaft an die Nationen um Israel herum zu geben. Gott wird ausreißen, zerstören, verderben, aber auch bauen und pflanzen. Gericht auf der einen Seite und zwar zwei Drittel der Botschaft und Gnade auf der anderen Seite. Ein Drittel der Botschaft. Von den Begriffen hergesehen. Jetzt wird das Ganze konkretisiert. Jeremia sieht einen überkochenden Topf. Wir finden das in Vers 13, 14. Gott fragt, was siehst du? Jeremia antwortet, ich sehe einen siedenden Kessel überkochen von Norden her. Und der Herr sprach zu mir, von Norden her wird das Unheil losbrechen über alle, die im Lande wohnen. Da ist ein siedender Topf, der brodelt und kocht und das Wasser läuft über den Rand über. Und dieses Bild von diesem siedenden Topf hat eine Botschaft. Jeremia weiß nicht, was soll das? Und jetzt deutet Gott diese Vision. Und er sagt, das bedeutet, dass vom Norden her die Feinde in das Land einfallen werden, wenn Israel nicht Buße tut, wenn Judah nicht umkehrt zu seinem Gott, dann wird der Feind über die Nordgrenze hereinbrechen ins Land und er wird die Städte einnehmen und erobern. Er wird Jerusalem zerstören und dem Erdboden gleich machen. Der Tempel wird nicht mehr sein. Das ist die Botschaft. Eine harte Botschaft, eine Gerichtsbotschaft, die Jeremia in dieser Vision vom siedenden Topf sieht. Aber man fragt sich, warum kommt denn nun der Feind vom Norden her? Die Babylonier, die jetzt immer mächtiger wurden in dieser Zeit, die lebten ja im Osten, in Mesopotamien. Warum kommt der Feind vom Norden? Wenn man die Geschichte Israels sieht, dann war genau das, die Einfallsgrenze. Von dort kamen die Feinde. Wenn die Assyrer und später dann die Babylonier nach Israel kamen, dann marschierten sie den Euphrat hinauf in den Norden und stießen dann über den Golan vom Norden in den Süden nach Israel in Richtung Ägypten nach unten und fielen auf diese Weise in das Land ein. Deshalb erwartet Jeremia immer wieder den Feind vom Norden her, so wie Gott es ihm in dieser Vision vom siedenden Topf zeigt. Und Jeremia sieht noch etwas anderes. Er sieht einen Mandelblütenzweig. Ein ganz wichtiges Bild hier am Anfang des Buches. Ganz wichtig, der Mandelblütenzweig wird uns durch diese Geschichte des Propheten Jeremia begleiten. Ab Vers 11. Und es geschah des Herrn Wort zu mir. Jeremia, was siehst du? Ich sprach, ich sehe einen Mandelblütenzweig. Und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich will wachen über meinem Wort, dass ich's tue. Im Hebräischen findet man hier ein Wortspiel. Der Mandelblütenzweig, das ist der Schaket. Und den sieht Jeremia vor Augen. Ein Zweig, der aufblüht. Lauter wunderschöne Mandelblüten sind da zu sehen. Aber was bedeutet das jetzt? Gott sagt, ich will wachen über meinem Wort, Schoket, wachen gleich Schoket. Ich will wachen über meinem Wort, dass ich es tue. Das heißt, Jeremia soll das Wort Gottes verkündigen. Er soll die Botschaft weitersagen, die er empfängt. Er soll Dinge ankündigen, die gewaltig sind, die schrecklich sind, die groß sind. Gericht und Gnade. Er soll vom aufgehenden babylonischen Weltreich sprechen. Er soll davon sprechen, dass Babylon alle Nationen unterwerfen wird, Israel unter seine Herrschaft bringen wird. Das soll Jeremia alles sehen und ankündigen. Und er wird das gegen viel Widerstand und Widerspruch ankündigen. Es werden Worte sein, die das Volk nicht hören will. Die Priester, die Propheten, die Theologen, das Volk, sie wollen diese Worte nicht hören. Aber Gott sagt, ich will wachen über meinem Wort, dass ich es tue. Das heißt, wenn Jeremia durch Tiefen hindurch muss, weil er so viel Widerstand erfährt, dann wird Gott aber zu seinem Wort stehen und er wird darüber wachen, dass er es auch tut und ausführt, wie es von Gott geplant ist. Das ist die Botschaft des blühenden Mandelzweiges. Jeremia sieht, wie die Knospen aufbrechen, wie die Blüten aufgehen. Und so sagt Gott wird das Wort Gottes aufgehen. Das, was ich ankündige, das tue ich auch. Und das ist die wunderbare Botschaft, die dieses Prophetenbuch mit sich bringt, von Anfang an bis zum Ende. Gott hält sein Wort. Das, was Gott zusagt, das tut er auch. Das, was Gott verspricht, das hält er. Das ist die Botschaft des Propheten Jeremia. Wenn man es von Anfang bis zum Ende durchstudiert, immer wieder finden wir dafür Belege. Gott wacht über seinem Wort, dass er es tut. Und das ist ja die Botschaft der ganzen Bibel. Das ist die Botschaft der ganzen Bibel bis hin zum Evangelium von Jesus Christus. Gott wacht über seinem Wort, dass er es tut und führt das aus, was er in diesem wunderbaren Buch ankündigt. Nun sagt Gott auch, du wirst Jeremia diesen Dienst nur gegen ganz viel Widerstand ausführen. Leute werden gegen dich aufstehen. Du wirst bekämpft werden. Wir lesen das ab Vers 17. So gürte nun deine Lenden und mache dich auf und predige ihnen alles, was ich dir gebiete. Erschreck nicht vor ihnen, auf dass ich dich nicht erschrecke vor ihnen. Denn ich will dich heute zur festen Stadt, zur eisernen Säule, zur ehrenden Mauer machen im ganzen Lande, wieder die Könige Judas, wieder seine Großen, wieder seine Priester, wieder das Volk des Landes, dass wenn sie auch wieder dich streiten, sie dir dennoch nichts anhaben können. Mächtige Gegner werden aufstehen. Die gesamte Führungsschicht des Südreiches Judah und in Jerusalem, sie alle, angefangen vom König, die Priester, die Propheten, die Beamten, die Minister, das ganze Volk, sie werden sich alle gegen Jeremia und seine Botschaft von Gericht und Gnade stellen. Sie werden ihn verfolgen. Sie werden ihn verspotten. Sie werden gegen seine Botschaft aufstehen. Sie werden ihn verleumden und sie werden versuchen, ihn zu Tode zu bringen. 40 Jahre lang wird er lauter Widerstände mit seiner Botschaft erleben. Darauf stellt Gott hier seinen Boten ein. Georg Christoph Lichtenberg hat einmal gesagt, es ist unmöglich, die Fackel der Wahrheit durch ein Gedränge zu tragen, ohne jemandem den Bart zu verbrennen. So ist es. Das tat Jeremia. Er musste das Wort Gottes verkündigen. Er musste die Wahrheit sagen. Aber es ist klar, dass er sich dabei keine Freunde machen würde. Viele würden gegen ihn aufstehen und ihn bekämpfen. Genau das erlebt Jeremia 40 Jahre lang. Aber diesem Widerstand, den Jeremia erwartet in seinem über 40-jährigen Dienst an dem Südreich Judah, diese Ankündigung Gottes ist begleitet von einem wunderbaren Schutzwort, von einem Ermutigungswort, von einem Trostwort. Gott sagt diesem Propheten, auch wenn alle gegen dich aufstehen werden, fürchte dich nicht vor ihnen. Denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Fürchte dich nicht, Jeremia. Du brauchst keine Angst zu haben, auch wenn sie alle gegen dich aufstehen. Ich, der lebendige Gott, stehe auf deiner Seite. Und weil ich auf deiner Seite stehe, brauchst du dich nicht zu fürchten. Ich bin bei dir und ich werde dich aus den Notsituationen herausretten, in die du hineinkommst. Du wirst in Not kommen. Du wirst schreckliche Widerstände erleben. Aber ich bin bei dir. Ich errette dich. Ich helfe dir. Das ist die Zusage Gottes. Nicht nur an Jeremia, sondern auch an uns. Wenn wir durch Jesus Christus mit dem lebendigen Gott verbunden sind, dann gilt dieses Wort auch uns. Dann gilt dieses Wort auch ihnen. Fürchte dich nicht vor ihnen. Denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Dieses Vertrauen wünsche ich ihnen von ganzem Herzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gott segne sie. Auf Wiedersehen. Ich bin bei dir.